lecture notes mindmap steno ein steno video das unter diesem titel in youtube gefunden werden kann aber auch hoffentlich bald in google es geht hier um die applikation lecture notes in bezug auf mindmapping zusammen mit stenografie lecture notes dient zur organisation von wissen protokollierung von wissen präsentierung von wissen und übermittlung von wissen lecture notes ist schneller als mindport was ebenfalls eine android anwendung ist um mind mapping zu machen mit der besonderheit dass man in den knoten des mindmap grafen stenografische eingaben machen kann handschriftliche eingaben in unserem fall stenografische eingaben über diesen ast wollen wir jetzt auch nicht sprechen sondern über den ast lecture notes ist wie gesagt eine android anwendung läuft auf dem galaxy samsung läuft aber auch auf anderen android geräten lecture notes ermöglicht ein mind mapping ein hand gemachtes mind mapping das unterstützt wird durch einen cutter das ist das ikon dafür und wir werden gleich sehen wie schöne eigenschaften dieser cutter hat ermöglicht markieren von der text stellen marker symbolen durch transparentes markieren eben von der text man hat ein du und man hat ein ando und vieles mehr als im zusammenhang mit stenografie den cutter arbeitet dieser cutter dient zum ausschneiden verschieben und einfügen beliebiger regionen und was das ist das können wir am besten hands on demonstrieren ich habe schon eingestellt den cutter ich schneide damit jetzt ich schneide damit eine region aus eine freihandregion so und nutze diese cut operation um den inhalt in den zwischen speicher zu bringen ich verschiebe jetzt irgendwo hin diesen ausschnitt und mache den cut beende den cut so das ganze kann ich aber wieder rückgängig machen durch ando und schon hat man wieder alles beim alten es gibt natürlich auch noch die du und wieder ein ando und damit zeigt sich dass lecture notes für die präsentation die organisation die übermittlung von wissen in form von mind maps ganz hervorragend geeignet ist